Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf meinem Kanal. Ich zeige dir heute 10 originale Prüfungsfragen, schwierige Prüfungsfragen, die ich mir selber markiert habe, weil ich der Meinung bin, da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal genauer drüber zu schauen. Bevor das Video losgeht, noch eine kurze Info. Im Videokurs sind jetzt schon die neuen Fragen, die ab dem 1. April rauskommen. Ganz genau für dich verfilmt, natürlich mit anschließender Lernzielkontrolle zum Ankreuzen, damit du dir das Ganze nochmal ins Gedächtnis rufen kannst, so es gewährleistet, dass du die Fragen und Antworten auf jeden Fall verstanden hast. Und wir beginnen direkt mit dieser Frage hier. Diese Kontrollleuchte leuchtet auf. Was kann die Ursache dafür sein? Okay, gelb. Gelb ist schon mal, ja, schau mal, da stimmt irgendwas nicht. Rot wäre absolute Gefahr. Bei rot würdest du das Auto stehen lassen. Das sind immer Sachen wie zum Beispiel Bremse, dass du nicht angeschnallt bist. Wenn irgendwas mit dem Öldruck nicht in Ordnung ist, die leuchten meistens rot auf. Und da solltest du auf gar keinen Fall weiterfahren. So, gelb. Wir sollten mal kontrollieren, weil was könnte denn hier passiert sein? Ein zu niedriger Reifenfülldruck in einem Reifen. Ein kürzlich erfolgter Radwechsel. Eine lose Radmutter. Okay, die Frage gibt drei Fehlerpunkte, ist übrigens zufällig tatsächlich einer der neuen Fragen, die hier ab dem 1. April rauskommen. Und ganz klar, vielleicht schon mal gesehen, das sagt uns natürlich, dass wir zu wenig Druck im Reifen haben. Jetzt aber Achtung! Es gibt zwei verschiedene Systeme, wie der Druck im Reifen gemessen wird. Das ist einmal entweder mit einem Sensor im Ventil, der misst dann den genauen Bardruck, wie viel Druck im Reifen ist. Oder es wird über den Radumfang gemessen, und zwar durch das ABS-System. Wenn du also zu wenig Luft im Reifen hast, dann verringert sich der Radumfang. Und dann sagt das System, hey, guck mal, links vorne stimmt irgendwas mit dem Reifen nicht. Kontrollier den mal. Wenn du jetzt allerdings von Sommer auf Winterreifen oder umgekehrt die Reifen wechselst oder wechseln lässt, dann werden die vom Umfang her wahrscheinlich auch unterschiedlich sein. Der Reifen fährt sich mit den Jahren runter. Der eine Reifen ist größer, der andere kleiner. Und dann wird dieses Lämpchen höchstwahrscheinlich auch bei dir aufploppen. Da solltest du dann stehen bleiben, an der Tankstelle den Luftdruck anpassen und dann musst du dieses System resetten, ein paar Kilometer fahren. Und dann speichert er sich diesen Radumfang bzw. den Luftdruck im Reifen und dann geht das Lämpchen im Normalfall wieder aus. Also, hättest du hier nicht 1 und 2 angekreuzt, wärst du mit drei Fehlerpunkten hier auf jeden Fall dabei gewesen. Die Radmuttern, das hat damit nichts zu tun. Die Radmuttern halten einfach nur das Rad fest am Auto und haben nichts mit dem Luftdruck zu tun. Sie suchen nach einer Parkmöglichkeit am rechten Fahrbahnrand. Rechts neben ihrer Fahrbahn befindet sich kein Radweg. Wie viel Meter vor und hinter einer Kreuzung dürfen sie nicht parken? So, Achtung, es macht seit ein paar Jahren einen großen Unterschied, ob da ein Radweg vorhanden ist oder nicht. Stell dir also eine Kreuzung vor und du darfst dir nicht direkt an der Kreuzung direkt parken, sondern du musst mindestens 5 Meter Abstand zur Kreuzung lassen. Hat damit zu tun, dass große Fahrzeuge besser abbiegen können, aber angeblich auch, vielleicht kann mir das einer bestätigen, der bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitet, damit die Feuerwehr im Notfall eine Möglichkeit hat, da zwischen den Autos irgendwie durchzukommen. Ist ein Radweg vorhanden, stell dir einfach das Fahrrad vor, eine liegende 8, dann wären es 8 Meter und ohne Radweg sind es hier in dem Fall 5, 5 Meter. Wie kann sie der aktive Parkassistent beim Einparken unterstützen? Ah, der aktive. Das heißt, naja gut, ich sage noch nichts. Also es gibt auch da einen Unterschied zwischen den Systemen, aber schauen wir uns erstmal die Antwortmöglichkeiten an. Der aktive Parkassistent prüft, ob das Parken an einer bestimmten Stelle erlaubt ist. Der aktive Parkassistent erkennt ausreichend große Parklücken. Der aktive Parkassistent erkennt alle Hindernisse während des Parkens. Also ob das Parken dort verboten ist oder nicht, das wird er nicht erkennen, aber wenn du an einer Parklücke langsam vorbeifährst, dann rechnet das System schon aus, ob du da reinpasst oder nicht. Und das könnte dir in der Prüfung zum Beispiel helfen, wenn der Prüfer sagt, suchen sie sich eine geeignete Möglichkeit zum Parken. Kleiner Tipp, die Parklücke muss in der Prüfung mindestens 8 Meter lang sein. Also der Prüfer darf dich in keine engere Lücke reinschicken. Aber das System würde dir auch sagen, wenn die Lücke groß genug ist, dass du da auf jeden Fall reinpasst. Ob dein Halteverbot oder eine Feuerwehrzufahrt ist oder nicht, das musst du allerdings selber rausfinden. Jetzt Achtung mit den Erkennt alle Hindernisse. Das würde bedeuten, dass es auch noch die kleinste Katze erkennen würde, die da auf der Straße schläft. Dem würde ich nicht so ganz vertrauen, gerade weil diese Ultraschall-Sensoren auch manchmal, wenn du vor einem Grünstreifen parkst und da sind zum Beispiel irgendwelche Schilder montiert, also diese Stange, wird unter Umständen nicht von diesen Sensoren erfasst. So, deswegen ist hier nur die 2 richtig, alles andere bitte nicht ankreuzen. Schon ein bisschen ältere Frage wird allerdings immer noch häufig falsch angekreuzt. Jetzt denkt man sich natürlich, ja, Pferdekutsche kommt nicht so oft vor, aber in der Prüfung wird das tatsächlich gefragt. Woran können Sie erkennen, dass eine Pferdekutsche die Fahrtrichtung ändern möchte? An der ausgestellten Winkerkelle, am Austrecken des Armes des Kutschers, am eingeschalteten Blinker. Jetzt denkt man sich so, ja gut, wenn der Kutscher die Hand raushält, das wäre ja praktisch wie beim Fahrrad oder beim Mofa, wenn du keinen Blinker hast. Logisch, das ist auch richtig, aber jetzt pass auf. Es gibt auch Kutschen, die haben rechts und links an der Seite solche Kellen, also solche wie bei der Polizei auch, mit denen sie dich so rauswinken aus dem Verkehr. Es kann allerdings auch sein, dass der Kutsche dann selber so eine Kelle in der Hand hat. Das kann man sich auch noch ein bisschen vorstellen. Es gibt tatsächlich aber auch Kutschen mit Batterie, mit Strom und die haben tatsächlich Blinker. Also hier werden wir 1, 2 und 3 ankreuzen und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, Nummer 3 wird natürlich sehr gerne nicht angekreuzt, weil man sich denkt, ja eine Kutsche hat doch keinen Blinker. Aber doch, es gibt auch Kutschen mit Blinker. So, tatsächlich eine meiner Lieblingsfragen hier. Was ist beim Abschleppen zu beachten? Motorräder dürfen nur mit fester Verbindung abgeschleppt werden. Der Abstand zwischen den Fahrzeugen darf nicht größer als 5 Meter sein. Abschleppseil, Abschleppstange muss deutlich gekennzeichnet sein. Klar, muss gekennzeichnet sein, damit die Gefahr geringer ist, dass irgendein Fahrzeug zwischen euch beiden durchfährt. Beide müssen gekennzeichnet sein mit Warnblinklicht und möglichst langsam fahren, so maximal um die 30 kmh. Bist du auf der Autobahn, hast du eine Panne, lässt dich abschleppen, sofort an der nächsten Autobahnausfahrt die Autobahn verlassen. Natürlich auf dem Pannenstreifen fahren, bitte nicht auf der schnellen Autobahn selber. Und der Abstand zwischen beiden Fahrzeugen darf nicht größer als 5 Meter sein, damit sich, wie gesagt, da keiner zwischen euch drängen kann. Motorräder dürfen nur mit fester Verbindung abgeschleppt werden. Klingt zwar ganz gut, aber Achtung, denk nach. Ach, du hast noch in Deutschland noch nie ein Motorrad gesehen, das abgeschleppt worden ist. Maximal hinten auf dem Anhänger drauf. Ansonsten dürfen Motorräder nicht abgeschleppt werden. Also hier auf keinen Fall die Nummer 1 ankreuzen. Sonst kassierst du auch hier drei Fehlerpunkte. Welche Funktion erfüllt das E-Call-System im Falle eines schweren Unfalls? Das E-Call-System übermittelt automatisch den Zeitpunkt des Unfalls. Das E-Call-System übermittelt automatisch die Position des Kraftfahrzeugs. Das E-Call-System übermittelt automatisch die Verletzungsschwere der Personen im Kraftfahrzeug. Genau, fragt mal eure Eltern, die werden euch bestimmt sagen können, was ein E-Call-System ist. Ja, also wahrscheinlich nicht. Das ist auch relativ neu. Das ist diese SOS-Taste, befindet sich meistens irgendwo oben am Dachhimmel. Muss erst einmal entsichert werden. Wenn du da einmal drauf drückst, dann geht meistens so eine Klappe auf. Und dann kannst du erst diese Taste drücken. Und die wird natürlich nur im Notfall benutzt. Und zwar, wenn du selber einen Unfall hast. Wenn dein Auto erkennt, dass du einen Unfall hast, dann wird die automatisch ausgelöst. Wenn zum Beispiel die Airbags aufgegangen sind, das Auto auf dem Kopf liegt oder schräg. Und wenn du an einem schweren Unfall vorbeikommst, wo du siehst, oder sind vielleicht Personen verletzt, das Auto brennt oder ist zerquetscht oder sowas, dann kannst du die Taste auch drücken. Es wird automatisch eine Telefonverbindung hergestellt. Und die Position von deinem Auto wird automatisch durchgegeben, damit du nicht erst sagen musst, ja, da war ein großer Unfall zwischen da und da und so viel Kilometer. Und da musst du erst auf der Karte schauen und sowas. Also da werden die GPS-Daten dann direkt übertragen. Wie stark die Personen verletzt sind, kann das System natürlich nicht erkennen. Also hier eins und zwei. Ja, da könnt ihr jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr hier in einer Prüfungssituation angekreuzt habt. Aber Achtung, die Frage gibt volle fünf Fehlerpunkte. Zwei von den Fragen bist du sofort in der Prüfung durchgefallen. Also solche Fragen müssen auf jeden Fall sitzen. Wir schauen uns die Situation mal an. Wir haben eine abknickende Vorfahrtstraße. Die Vorfahrtstraße geht von rechts nach vorne weiter. Das heißt, der blaue ist auf der Vorfahrtstraße, hat also Vorfahrt. Da wir hier ein Stoppschild haben, müssen wir natürlich auch an der Haltelinie anhalten. Die Frage ist jetzt wahrscheinlich eher, ob wir den Roten vor uns fahren lassen müssen oder ob wir vor dem Roten fahren dürfen. Und jetzt sehen wahrscheinlich viele von euch das Stoppschild und denken sich so, ah ja, Stoppschild, da muss ich stehen bleiben und warten und alle durchfahren lassen. Aber das werden wir hier nicht ankreuzen. Denn wir haben ein Vorfahrtnehmendes Verkehrszeichen. Der Rote von links hat auch ein Vorfahrtnehmendes Verkehrszeichen. Das ist eine besondere Situation. Und dementsprechend gleichen sich die beiden wieder aus. Und es gilt, wir dürfen vor dem Roten fahren, da wir von rechts kommen. Das ist auch eine der neuen Fragen. Ich bin am Anfang tatsächlich auch darauf reingefallen. Hast du also reingeschrieben, dass du auch die zwei ankreuzen willst, dann ist das keine Schande. Wäre mir am Anfang auch passiert, aber deswegen gehen wir die Fragen ja hier gemeinsam durch. Übrigens im Videokurs ein extra Thema zu den neuen Fragen. Also da kannst du dann explizit die neuen Fragen einzeln nochmal üben. Wir kreuzen also an 1 und 3. Das Bremslicht an Ihrem Fahrzeug ist ohne Funktion. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich versuche die Ursache zu erkennen und behebe den Fehler selbst. Ich lasse die Bremsflüssigkeit austauschen. Ich lasse das Fahrzeug in einer Werkstatt reparieren. Also Bremslichter natürlich ganz besonders wichtig, gerade auf der Autobahn, in der Stadt, auf der Landstraße, eigentlich immer, damit der Hintermann weiß, dass du langsamer wirst. Der Prüfer kann dich in der praktischen Prüfung als technische Frage auch fragen, wie du das Bremslicht auf Funktion prüfst. Da möchte er von dir, dass du die Zündung anschaltest, eventuell deinen Fahrlehrer fragst, ob er mal seinen Fuß bitte auf die Bremse legen könnte. Und du gehst nach hinten und schaust, ob die Bremslichter leuchten. Noch besser, du gehst erst nach hinten und rufst dann zu deinem Fahrlehrer nach vorne, drück bitte mal auf die Bremse. Da sollten drei Lichter angehen. Zwei waren es früher, aber ich glaube, es gibt kein Auto mehr, das nur zwei Bremslichter hat. Also meistens immer drei Bremslichter und dann sagst du dem Prüfer, ja funktioniert, hier links, rechts und oben in der Mitte funktioniert. So, wenn das nicht funktioniert, entweder kannst du, vielleicht ist die Sicherung durchgebrannt, dann kannst du das selber regeln. Du kannst natürlich das Auto auch in der Werkstatt anschauen lassen, reparieren lassen. Mit der Bremsflüssigkeit hat das Ganze allerdings nichts zu tun. Die Bremsflüssigkeit überträgt die Kraft von der Bremse auf die einzelnen Bremsscheiben auf den Rädern. Also hat nichts mit dem Bremslicht zu tun, sondern eher mit der Übertragung. Und wenn du das Bremspedal bis auf den Boden durchdrücken kannst, dann stimmt auf jeden Fall was mit dem Bremsen nicht. Und das wäre höchst, höchst gefährlich. Da kann ich der Prüfer auch was dazu fragen. Und da möchte ich nochmal kurz auf den Videokurs verweisen. Auch alle technischen Fragen, die der Prüfer dich vor Fahrtantritt stellen kann, sind im Videokurs ganz genau und einzeln verfilmt. So, fünf volle Fehlerpunkte gibt diese Frage noch hier. Man sieht es ganz leicht vor uns einen Radfahrer. Jetzt denkt man sich so, ja cool, hat man genügend Platz, um den Radfahrer zu überholen. Aber wir sehen hier natürlich die durchgezogene Linie in der Mitte, die Fahrstreifenbegrenzung. Und Achtung, anders zur Fahrbahnbegrenzung, die ja rechts am Rand ist. So ist sie. Hier, die darf überfahren werden. Zum Parken zum Beispiel. Aber die hier in der Mitte, die darf nicht überfahren werden. Das heißt, wir werden auch diesen Radfahrer hier nicht überholen können. Was natürlich gut für uns ist in der Prüfung, weil dann zeigen wir erstmal den Prüfer, dass wir das Ganze verstanden haben. Wir haben genügend Zeit, um uns die Straße anzuschauen. Vielleicht kommt da vorne ja gleich eine Kreuzung, rechts vor links. Oder es gibt irgendwelche Verkehrszeichen, wo wir nicht reinfahren dürfen. Da haben wir so auf jeden Fall mehr Zeit. Ich bleibe hinter dem Radfahrer. Ich muss den Fußgänger die Fahrbahn überqueren lassen. Ich überhole den Radfahrer mit ausreichendem Seitenabstand. Okay, war ich jetzt gar nicht drauf gefasst. Wahrscheinlich habe ich die deswegen markiert gehabt. Wir bleiben auf jeden Fall hinter dem Radfahrer, weil wir innerorts 1,5 Meter Abstand zu dem Radfahrer zum Überholen einhalten müssen. Das können wir nicht wegen der durchgezogenen Linie. Und jetzt sind viele gewollt, diesen Fußgänger hier über die Straße gehen zu lassen. Aber Achtung, der Fußgänger muss warten. Wir dürfen hier fahren. Würdest du hier auf die Bremse drücken, ist die Gefahr natürlich da, dass der LKW dich von hinten wegschiebt. Vielleicht ist er gerade abgelenkt. Oder der LKW macht eine Vollbremsung und von hinten fährt ein Motorrad in den LKW. Das wollen wir alle nicht. Ich muss den Fußgänger die Straße überqueren lassen. Das werden wir hier auf gar keinen Fall ankreuzen. Würdest du das in der Prüfung ankreuzen, wärst du mit 5 Fehlerpunkten dabei und hast du vorhin die Frage mit dem Stoppschild auch falsch beantwortet. Wäre es das mit der Prüfung schon gewesen? Ich hoffe, dir hat das Video weitergeholfen. Wenn ja, lass gerne einen Daumen nach oben da. Hier unten kommst du nochmal zum Videokurs. Bis da oben geht es zum letzten Video und wir sehen uns dann im nächsten Video.